Der ist tollen, der Rikmarian und Christian. Holt, der hat auch kein Gewinn genommen. Leckt nicht, dass die Gnossen gut zu sein können, alle schon nicht gewusst, aber sie sollen übernehmen. Also da sind wir neu. Jetzt können wir hier nochmal kommen. Jetzt haben wir doch gerade meine Gnossen und die Richtlinie runtergekommen. Ja? Ja, das ist dumme Ritter. Jetzt ein Frichterschwein. Das war doch gar nicht alle, die das tolle Papen haben. Darum hat der Gemeinde kein Geld mehr, wenn Sie an diesem Weg keine Stöhne fällt. Ja, ja, sicher, dann holt Sie eine gute Prolost. Dann fangen wir mit Sie viel auch im Trocknere Gemeinde ab und fressen. Hey, dann fährt Sie ja mal ab, und wenn wir ja da drinnen gehen, dann gehen wir da rechts, und dann gehen Sie lieber da links. Also rein, für die links da. Nimm mir den Rosenraum. Ja, das würde ich auch sagen. Aber schau an den Punkt. Da geht es ja durch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, nein, wir gehen am Samstag. Es geht doch nicht so. Da hat es ja eine Türe. Aber gar nicht mehr weiter. Ja, ein Schüssel hat es auch. Komm, Pupi, mach doch mal die Tür auf, denn schlimm kann es ja nicht werden. Oh, da sind wir gleich noch immer wieder von Samstag. Oh, was sonst hätte denn eine Sonnensung so nass, eine Ruhrenwohnung ist da drin. Ja, nein, und schau doch mal, das hat ja gar keine Sache mehr. Ja, dann schau doch doch, der Herr kommt direkt in die Kinder hinein. Einen Vorteil hat es, dass er aufhört, musst du da nicht mehr raus. Da kannst du aufhören, ohne den Grindel zu lassen. Ich habe die Lackisolation mit der Müsse oben runtergenommen, weil es Kondenswasser gegeben hat. Gibt es gerade meine Ferien willen. Und jetzt schreibt es noch, wer die Schmerzen ist. Das trotzt ja immer noch, gräberhaft. So, komm jetzt, jetzt gehen wir aber weiter. Mal schauen, wo der Stohle sonst noch malen führt. Da sind wir von rechts gekommen. Jetzt gehen wir gleich gerade raus. Du, Clärli. Hä? Du hast doch letztes Mal Witze gezählt, wo ein Pappageilchen vorgehört. Wie ist das schon mit dem Kopf erzählen worden? Ah, ja, der doch, ja, ja, natürlich der vom Pappageil. Also, es ist ein reicher Herr von Kondensug, der so einen Wahltermin hat. Er hat zu seinem Geschäftsreich ein grosses, schöner Pappageilchen eingebracht. Und er ist so stolz auf den Kettel, weil er konnte reden. Er konnte aber auch lesen. Und dann konnte er sogar noch telefonieren. Und er ist so stolz auf den Geschäftsreich. Über die Bücher gegangen ist. Da hat er fest gesehen. Leck, mir, da fangen schon mal die ganzen Kondis in den Kappers. Was ist denn da los? Ich stehe kurz vor dem Kond. Er ist ganz aktiv und er hat über den Lohnen gefragt. Die haben wir abgesteilt. Da ist ihm das Lied geöffnet. Leck, mir, am Hinterteil. Das ist sicher noch mein Vogel gewesen. Er ist ganz entrüstet. Er hat den Vogel gepackt. Er hat ihn geschickt. Und er hat ihn gerutscht. Und er hat gesagt, du bist das, seit du der Rechskärle. Er hat den Rech für Gutschmann. Und mit einem Vogel-Sinnigen, er hat den Lohnen verknüpft. Da hast du ihn in der Rech. Und er hat den Bock verreicht. Schön. Er hat das Schmerz da. Und er hat einen fruktischen Orden. Der Geschäftsherr hat ihm den Zweifel genommen. Er hat ihn noch geholfen. Und er hat ihn noch geholfen. Er hat einen Kaffee in der Karriere gefunden. Er hat ihn noch geholfen. Er hat ihn noch geholfen. Und das wurde eine Kaffee für unsere Leute. Und er hat ihn noch geholfen. So weit, ich bekomme Kaffeebohrenkauf. Das ist wirklich ein armer Trott. Aber dann schaut doch mal da oben, da hat es wieder Licht. Wo seid ihr eigentlich? Da schon wieder? Ja, nein, ich glaub's ja nicht. Jetzt sterben wir im Ressling. Jetzt gibt's den Ressling schon einen Autoblick. Die haben uns nur immer davon erzählt, dass die wollen bauen. Jetzt haben sie ein Lichtboot. Ich weiß es nicht. Jetzt stehen wir in der richtigen, richtigen Weizel angestiegen. Aber da gibt's die Kabine nicht. Es ist schon drauf. Was ist denn jetzt eigentlich noch drin? Wer kommt da? Dass wir den ja noch praktisch finanzieren wollen. Soll ich schon mal das auch mal rauf gehen oder die Rechte von Herkularen? Dann hätten wir uns ein Kontingent hier in Samstagern eine Südbefrüchte. Oh ja. Weisst du, ich werde jetzt so schnell integriert, um es zu mitten im Dorf zu finden. Und Beatrice Selle vermacht das aus. Ja, die könnten die Schweizermusik noch in den Öl bringen. Ja, ja. Hier bin ich auch ein bisschen angewunden. Ja, schlussendlich hier bei uns im Samstagern. Wie steht's denn überhaupt bei ihr mit der Integration? Also ich bin der Meinung, Also ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, wenn's jetzt der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung. Aber apropos Intervention. Nach jahrelanger Diskussion absehen, können die Leute erzählen, vor ich die Schweine wieder mal zusammen stagern. Nimmt nicht, was die Leute erzählen haben. Vielen Dank, dass wir jetzt gerade noch zwei in der Tunisie haben. Vielen Spass!